Achmed war das erste Stück am Marsch, wo man sagt auch eine rechte Musikerin mit einem Marsch an. Und da hat man schon das erste Mal einen Film von Paul Beuchnernuss. Der Jock Haller, für mich persönlich als Musikant, ist das einer der besten, die die Alten je gehabt haben. Ich werde hier aber lieber irgendwie negativ werden, das sind für alle Alten Top Musiker. Aber auch als Jock, das ist für mich ganz speziell der Top Musikant in dieser Zeit, und haben mich als Achmed auch sehr bekannt gemacht. Jetzt hören wir einen Jock, und zwar den Marsch und spielt Hackbrett. Das ist ein Jock von dem Werker, dass Dino lebt. Und ich habe uns immer wieder gefragt, wie sie die Komponisten ausgeladen hat. Und der Dino, der hat sehr, sehr schöne Musik gemacht. Der ist der Homo und der höchste Dino. Und der Kappell Dürfergross natürlich im Speziellen ist der Dino. Er ist sehr ein grosser Fan von Dino. Und die Musik mache ich jetzt auch. Der KBG ist sehr rote Musik. Sie haben zum Teil vielleicht auch eine Diskussion, die Hackbrett-Musik. Aber wirklich, die Kopperschützer lassen sie helfen von uns. Und spielen sie auch schön hoch. Jetzt, scherze die Gäste, let's that! Und die haben euch im Pickle natürlich runtergefahren. Schön gemütlich, schön ruhig gesehen. Wunderbar! Genau, schön, schön, schön unterreden. Wunderbar! Noch drei Stunden für mich, ganz gut. Ja, okay. Wunderbar! Etwas schön! Schuss! Viel Verträger mit dem Kappell! Viel Glückwuss! 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018